Ursachen und Behandlung Beinahe jeder kennt diese kleinen nervigen Dinge im Mund, die stören und brennen. Der weißlichen Geschwür nennen sich Aphthen. Sie entwickeln sich auf der Schleimhaut oder der Zunge. Hier erfahren Sie, was Sie bei solchen Entzündungen meiden sollten und was dagegen hilft. Sie sind weißlich und nur wenige Millimeter groß, aber Sie können ganz schön unangenehm bis schmerzhaft sein, Aphthen. Der ungewohnte Begriff stammt aus dem griechischen, Aphthe heißt entfachen und steht für ein kleines Geschwür der Mundschleimhaut. Die Hautstellen an der Schleimhaut oder der Zunge, auf der sich die Geschwüre bilden, sind dagegen hochrott. Es handelt sich um die häufigste nicht ansteckende entzündliche Mundschleimhauterkrankung. Die etwa linsengroßen Entzündungen kommen entweder einzeln oder in Grübchen, bis zu sechs Aphthen können sich gleichzeitig bilden. Saure Lebensmittel wie Zitrusfrüchte oder Ananas können Entzündungen der Mundschleimhaut verstärken. Die Säure reizt die empfindliche Haut zu sehr. Scharfes und heißes Essen bzw. Getränke können die Beschwerden ebenfalls verstärken. Harte Speisen wie Kneckebrot, knusprige Zeralien oder Nüsse können die entzündeten Stellen zudem mechanisch reizen, was ebenfalls die Geschwüre in ihre Heilung hemmen kann. Kühle und weiche Lebensmittel wie Joghurt lindern die Schmerzen und erleichtern die Heilung. Alkohol hat eine reizende Wirkung auf Schleimhäute und sollte mit Vorsicht genossen werden. Er kann sogar Auslöser für Aphthen sein. Aphthen verursachen ein Störgefühl. Betroffene sind verführt, ständig mit der Zunge an den kleinen Geschwüren herumzuspielen oder leicht mit den Zähnen darauf zu kauen. Das sollte man sich besser verkneifen, denn so können sich die offenen Stellen stärker entzünden und schmerzen dann noch mehr. Wir gewöhnlich heilen die Entzündungen nach ein bis drei Wochen ganz von allein ab. Sie können zwischen drei und sechs Mal im Jahr auftreten. Die Entzündungen können Sie symptomatisch mit einem schmerzlindernden Mittel behandeln. Solche Präparate mit dem Wirkstoff Lidocain oder Lidocain-Hydrochlorid betäuben die schmerzenden Stellen. Es gibt die Mittel frei verkäuflich in der Apotheke als Gele, Sprays oder Mundspillungen. Experten empfehlen außerdem verschreibungspflichtige Mundsprays oder Wundheilungskäle. Wenden Sie sich hierzu an Ihren Arzt. Zur Linderung der Schmerzen und zur verbesserten Wundheilung können Mundspülungen mit starken Kamillen und Salbeites beitragen. Aphten können sich nicht nur infolge kleiner Verletzungen im Mund durch Nahrungsmittel oder das Zähneputzen bilden, sondern auch wenn man sich versehentlich auf die Innenseite der Wangen beißt. Aber auch schlecht sitzende Zahnspangen und Prothesen können kleine Verletzungen in der Mundschleimhaut verursachen, aus denen dann Aphten erwachsen. Weshalb sie bei manchen Kindern und Erwachsenen immer wieder vorkommen und manchmal familiär gehäuft auftreten, ist wissenschaftlich noch nicht geklärt. Beobachtet wurde, dass Frauen häufiger unter den Entzündungen leiden. Es wird zum Beispiel vermutet, dass es sich um eine fehlgeleitete Immunreaktion auf gewöhnliche Keime im Mund handelt. Stress und die damit verbundene psychische Belastung könnte ebenfalls ein Auslöser sein. So kann ein geschwächtes Immunsystem Aphten offenbar begünstigen, sowie Entzündungen im Allgemeinen. Das Kinderkrankheiten-Lexikon bietet einen Überblick über die häufigsten Kinderkrankheiten. Eltern erfahren, bei welchen Anzeichen das Kind schnell zum Arzt muss und bei welchen Krankheiten auch Hausmittel helfen können. Manchen Kinderkrankheiten kann man durch Impfung vorbeugen. Einen Überblick über die von der Ständigen Impfkommission, STIKO, empfohlenen Impfungen bietet ergänzend unser Impfkalender. Sie finden uns auch auf Facebook, jetzt fahren von t-online.de Familie werden und mitbediskutieren. Wenn sich häufiger Aphten entwickeln, ist es nicht verkehrt, sich zur Sicherheit ärztlich untersuchen zu lassen. Auch wenn die Geschwüre meist keine krankhafte Ursache haben, können im Einzelfall bestimmte Grunderkrankungen der Auslöser sein. Dahinter können beispielsweise folgende Krankheiten stecken, eine Herpes-Infektion, die Hand-Mund-Fuß-Krankheit oder sogar eine schwere Dickdarmentzündung. Möglicherweise sind die Aphten aber auch ein Hinweis auf einen Folsäure-, Eisen-, Zink- oder Vitamin-B12-Mangel. A F G M N R